Hast du schon was bei ihr gemerkt? Mh-mh. Hört sich gar nichts anmerken lassen. Ja. Hey. Hey. Aber es ist doch schon fast zwei Tage her, dass du ihr das QT375 gegeben hast, oder? Mhm. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.